Oh Yo, servus Leute was geht ab? Hier ist wieder euer Destin hier im Start für euch mit dem neuen Teil Road to Commander Fünf, vier, drei, zwei, eins, go Wer? Ja, das stimmt, Alter Fünf, fünf, drei, fünf, drei, zehn, zwei, eins, go Fünf, vier, zehn, zwei, eins, go Boah, ich spiel gar nicht auf Nuke, ey! Ist ja boring, alter. Die ist richtig behindert, alter. Also wenn du auf der Map Triple Nuke machst, mein Respekt, alter. Ja, man! Mach mal hier ne Nuke, äh, Triple Nuke, Basti, alter. Team Deathmatch, genau. Ja, nicht Team Deathmatch, mein Domination, alter. Ohne Team. Wer? Der Daniel hatte hier noch Triple Nuke. Das ist ein Opfer, alter. Lass die mal schlagen, ja. Der Daniel, der liebe Reg. Der Titel, der Clip, den der mir gezeigt hat, den der Aufgeladen hat, aus Black 11. Ich hab ne, ich hab, ich hab mir, da wo du dich f降st, bei, ey, ja, mein. Ja, mein. Alles, kalt einfach nur für hüftigen Schassen, die haben einfach nichts gemacht, die haben nicht mal zurückgeschossen. Ich hab schon einen Nukes seit dem Spawn, der soll sich raushauen. Gleich wird's laut, warum? Schreit er so? Ich rage doch nie, aber... Ich schreie selten rum. Ich schreie übel selten rum. Zum Beispiel vorgestern hab ich Road to Commander aufgenommen, war immer bei ca. 15 Minuten, dann hat jemand bei mir angerufen. Ja, die Teile muss ich jetzt alle löschen. Keine Ahnung, ich weiß nicht wann das war. Als Maul, Alter. Ich glaub, das hat an mir vorhin sogar noch gesagt. Warum haust du die jetzt schon raus, Digga? Ach so, 100, geht doch noch. Da hat er Angst, dass ich jetzt noch mal... Ey, ist Bürgermeister HD ein Abonnent von dir oder kennst du den? Ja, weil wir am letzten schon mal gegen dich gespielt, wir haben uns so einen abgelacht, Alter. Bürgermeister HD, ey. Destiny hat seinen Game-Attack geendet. Echt? Muss ich doch gar nicht. Ich spiel jetzt auf Nuka. Och neee. Meinst du, du kannst rausgehen? Ne, ich komm das schon mal. Oh, okay, gut. Ja gut, ich frag euch jetzt mal, wie man MW2 spielt, ne? Da bin ich jetzt mal gespannt. An euch auch so ein paar Basics, klar. Ne, wir haben über gar keinen YouTuber geredet. Kennt ihr nicht dieses Video? Hase? Da will der Passant dann plötzlich doch nur kratzen. Ja, das, das kenn ich. Ich kenn's. Ach so. Was kommt der Ghost in 20 Uhr? Echt? Dann. Jetzt decke ich offline, Alter. Ja, ich geh auf. Es ist halt so kurz nach 8. Oder 7. Oder 1. Oder 7. Nee, ich weiß nicht. Ich hype das Spiel zwar nicht, aber mich interessiert es trotzdem, Alter. Ey, Patti, wenn du der Echte bist, ich würd dich bitten, dass du das Video in deinem freieres Leben wieder rausnimmst. Weil der in meinem Clan ist und korrekt ist. Hä, was ist denn da für ein Video gewesen? Ja, schau doch die Arten. Einer aus dem Gegner-Team ist Host, das mag ich gar nicht, Alter. Extrem behinderung, Pro. Nein, nicht wie voran. Teiert mich in der Elf-Video. Leute, du wirst man da stehen. Äh, das finde ich, du bewegt dich schon oder ganz schön schnell heute. Ich hab auch abgenommen. Markus, was hast du für ne Verbindung? Ja gut, beim... Liegt halt nicht an der Verbindung hier, die ich habe gerade. Jaja, ich weiß, du bist ja auch kein Host, aber hättest du was dagegen, wenn ich dann mal suche. Stabil. Was hast du für ne Connection? Ähm... Ich hab 0,1k Verbindung. Das liegt daran, ich hab so'n Server in Thailand. Das sind kleine Kinder, die treten in die Pedale und somit geht das Internet. Bis dieses WLAN-Signal bei mir ankommt, dauert. Ne, ich hab 16k. Ja. 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 Ja, weil der gegen ne Wand gelaufen ist. Also ich verstehe, was die alle gegen Hacks haben, also weil ich hack alle meine Gameplays. Oha, das merk ich mir da. Ich könnte jetzt hier was rauspushen. Mit wem du letztens ein Gameplay gefakt hast, aber... Ich glaub ich lad mal Bastis Reaction hoch, wie der sich über meine Courtney gefreut hat. Hab ich doch. Selber hochgeladen. Denn der Basti wo... Ne, ich mach das jetzt immer nur, wenn auch wirklich krank geworden bist, sonst wird's langweilig. Ich mach das jetzt einfach so, ich hab keine Ahnung. Oha, er spawnt, Alter. Direkt hinter mir. Ja, ich mach grad hier nebenbei noch Road to Commander. Ey, cool. Nein, und wieder ist einer auf. Mann, ganz ehrlich. Warum, warum in diesem Spiel... Haa, ich hab den mit der Area gekillt. Wasti, ich mach Road to Commander, kannst jetzt nicht dashboarden gehen gern. Danke. Nein. Ich hab das sonst ehrlich noch gemacht. Ja, kein Ding. Ey, bitte lass mich doch hier... ach, guck mal das an. Ja, und Evo-Eigenetik hat dann... Er tötet... oh Gott. Stabiler Typ, Alter. Pasi 49. Äh, ich mein' ich. Oh mein Gott. Ich hab's noch nie geschafft, ey. Wenn du das schaffst, Alter, ich schreie alles so immer. Ich hab das zum ersten Mal bei Rampage Striker gesehen. Ich schieße jetzt mit Armbrust die AC runter, pass auf, Alter. Laufkehren? Weißt du das, einer? Keine Ahnung. Ey, ich krieg nix auf die Reihe, Alter. Ja, warum? Ey, ganz ehrlich. Das lag so hart. Boah, du wirst sofort und nicht direkt... Ich finde, es lag noch nicht mal, sondern es connectet einfach nix, Alter. Freibar Verbindung vor der Windfrieder. Ich hab immer Freibar. Was ist das, Mann? Nein! Oh, was, der Quederal, Alter. Ey, warum... Ey, warum Rush, der fast ist denn so krass? Wo ist denn da? Ey, der ist ja immer noch in dem Haus. Das ist ein Fettsack, Alter. Ohne Scheiß. Echt? Ey, Alter Schwede. Ey, der Puzzle-Camp hier irgendwo. Wir müssen aufpassen, Jungs. Ich glaub, er ist ja ne New-Cut. Und alle haben Last Ender. Ey, stimmt, der hat immer noch zu viel. Ey, wenn der New-Cut, gell. Oh mein Gott. Ich glaub, der ist im Spawn-Haus. Ich weiß aber nicht. Ey, ich glaub, der ist im Spawn-Haus. Ich weiß aber nicht. Ey, Mann. Guck, er hat schon 27. Ey, der ist in seinem Spawn-Haus, Mann. Ich dachte schon, der boostet, Alter. Wenn der New-Cut, Alter, sag ich's mal, Busfahrer, Alter. Ohne Scheiß. Guck mal das an, Mann. Ey, ich schwör's dir. Ich hatte diese Kack-Karte. Wirklich, was ist das? MB2 ist so ein Mitspiel, Mann. Ja, das ist echt ein guter Vergleich, Alter. Aber was ich nicht verstehe, der Typ, der tötet mich auch nicht, gell? Der ja kurz vor seinem New-Cut ist. Ey, Passi hat gerade jemanden aus der Party getötet. Der muss doch jetzt... Vielleicht hat er trotzdem Nuke. Achtung gleich. Da war ich ein Haring. Ey, bei mir leckte ich mich nicht. Stop complaining. Ja, wenn ihr von dem getötet werdet, schaut mal die Kill-Climmon. Unsere Sachen werden gegeilt, Alter. Ich kotz klein, Mann. Ein Kill vor Chopper. Ja, komm. Ey, ganz ehrlich, Alter. Das spielt so ein Mist, Mann. Oh, YouTube-Rage. Ey, cool. Er hat so... Ey, wirklich. Sein Game-Attack ist wirklich YouTube. Ja, gell, was laberst du? Nein. Nein. Hä? Ne, ich mein das andersrum. Ich mein... Ach, ihr wisst noch, was ich mein. Es gibt mehr Leute YouTube haben, als Leute keine YouTube haben. So, was? Nein. Auf, schreib... Schreib mal die Lobby an. Und... Und zieh uns davon ab. Da gibt's nur einen, Alter. Wollen wir uns jetzt nackt schlagen, oder was? Wollen wir uns jetzt nackt schlagen, oder was? Ne, wir sind doch mal. Okay, das stimmt. So, ich mach jetzt Double-Nuke hier. In der Zeit. Ja, beim Main-Team spiel ich Black Ops ein, aber heute nicht mehr. Hat der Pazzi jetzt den Yook getan? Ich weiß, dass einer... Aber ich hab jetzt auch einen. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Ey, wirklich, ernst. Ist das dein Ernst, Alter? Ja, ich hab... Bin auch auf dem Weg zur Nuke. Nein, nein. Was war das gleich? Achte auf die Förder-Town. Genau in dem Moment. Es ist ein Matrix-Gamer. Hast du so ne Sprochte, ne? Der ist so derbe schwul. Das ist jetzt mal noch nicht. Äh, nein. Oh Gott, Alter. Oh, ich hab keinen Bock mehr. Die Map ist einfach nur okay. Ich werde auch nur gecubed. Der Schulze, 21. Ich wollte gerade sowas ähnliches mit dich sagen. Ich bin auf Launch, hab schon 40 Kills fast. Oder 35 Kills. Nach 50 Herrschaften, kriege ich eine One-Barbe. Und er, gehe ich einfach raus. Was in der Map. So Jungs, das war es mit Road Dokumente. Ich hoffe es hat euch gefallen. Dann haut rein, bis demnächst. Servus!